Oh, wir kommen mal rein. Super, ne? Ja. Erst schon, wenn er wieder live auf ist. Ich war gerade da, aber naja. Hat da jemand kommen? Hat da jemand kommen? Ist alles klar soweit? Der ist auch rot. Schnell. Alles hier. Alles abgesegnet. Heute in Afrika ist es lieb. Das darf nicht. Autofahrrad haben wir ja alles. Ja. Können wir auch durch so einen Blitzer durchfahren, ne? Nein. Dann alle halt mal weg. Besser nicht. Sieht halt ein bisschen blöd aus, wenn er mehr als... Die Freizeit muss sich halt uns nicht machen. Das ist so schön klar, aber. Hallo. Hallo. Ich hoffe, es ist doch wichtig. Es ist noch ein bisschen klar. Nein. Ich hab's noch nicht gekränkt. Ich hab's noch mal gucken. Ich hab's noch nicht geguckt. Gestern Abend war's noch nicht da. Ja? Ciao. Tschüss. Tschüss. Das ist clever. Ist das bestellt, dass wir jetzt auch, wenn. Ist das bestellt, dass wir jetzt auch mal? Schätzchen zu voll. Das kostet 30 Euro, wenn sie damit nicht spenden. Das ging dann eigentlich für 2.95 Euro. Aber Anzeige, rechtlich. Ganz anders. Na ja. Muss da drauf sein, dass ich nicht... Das Geld ist halt so schlimm. Aber die Anzeige. Boah, jetzt hier. Das ist so fein auch, Mann. Rechts frei. Ja, ich muss nur einmal den Fuß. Ja, bitte. Ja, bitte. Hey, ihr seid clever hier. Mit Elektro. So, die kommen jetzt am besten zum Schulze. Am besten gut. Du bist so ziemlich. Was? Du bist da. Wir müssen zum Schulze. Was? Wir sind Bahnhofstützer. Ja, krass. Wir sind der Bahnhofstützer. Wenn es möglich, wenn wir am Bahnhof vorbeifahren oder in der Nähe vom Bahnhof, um mich da kurz rauszulassen, geht das irgendwie? Ähm, in der Nähe von der Bahnhof? Ja, das ist halt so lang. Geil. Ich glaube, die anderen sind, glaube ich, alle in der Sackgasse. Jetzt S-Bahn fahren zum langweiligen Flugzeugen. Ja, S-Bahn. Ähm, beziehungsweise, nein, nicht mehr S-Bahn. Ich weiß jetzt nicht, ob die Komplätze passiert. Jetzt muss ich irgendwie schauen. Rüber! Ja! Ja, ich hab normalerweise mal eigentlich auch frei oder so. Ich bin ein bisschen glücker, bis das so warm ist. Ich wollte gerade mal ein bisschen, was ich schon gesagt habe. Mir ist das geil, perfekt. Klingt dann auch nicht rein, sondern einfach mal schneiden. Wann muss ich uns vor allem schon mal die letzte Auszählung machen? Wie groß ist der Gründer? Entschuldigung. So, jetzt fahren wir lauter Feuerwehrmann und Feuerwehrfrau. So, jetzt ziehen wir die Beziehungspins 165A1 von Leonberg 1.